Fuck off Ne, jetzt mal Leute im Ernst, das geht gar nicht. Mensch, jeder weiß doch was Rap ist. Am besten noch mit Hip-Hop und passendem Beat. Aber manchmal, da gibt es so viele Menschen, mit denen kann man einfach gar nichts anfangen. Nein. Ich glaube jeder Zuschauer da draußen weiss mehr über Rap, als dieser Typ, den ihr gleich sehen werdet. Naja, viel Spass nebenbei. Wie ist es mit rappen? Rap dieses Ding, jetzt 3, 2, 1, 0. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Also den mach ich nicht auf. Den Lade mach ich nicht auf. Banger. Jetzt ist Sintai. Rap dieses Ding, du hast 20 Sekunden. Los. Okay. Okay. Ich bin Tiger auch noch etwas hinter vorne. Aber ich habe ja nicht viel Ahnung, aber ich probiere es jetzt mal. Okay. Okay. Rappen, tanzen, nicht tanzen. Rappen, mit Wörtern. Wörter. Yeah das ist Fetter. Was, was, das Geile ist, den Typ ist einfach Vollwurst als er macht. Voll egal, oder? Das ist Kreativ auf dem Sack, das ist Kaischle. Scheiss egal. Das ist das. Das ist 2014. Von gar nicht mehr abwärts. 11 Uhr, Mann. Wenn du mal einen Paarst überkommst und draufsteht, dass du 1 Mio. hier enttest, dann weisst du warum, bei diesem Video. Oder nein, 1 Mio. nicht. Vielleicht 1 Mio. ein Klick. Bis zum nächsten Mal.